Keine Anoperation. 1, 1, 1, 2. Leute, wir haben ein kleines Zeitproblem. So, spätestens in einer halben Stunde wird meine Freundin hier auftauchen. Und das heißt, ich habe glaube ich noch zwei Parts zur Verfügung. So, wo ging's lang? Da ging's lang. Los Leute, wir müssen Tempo machen. Tempo, Tempo. Ich hab die Stromtufel zum Aufzug wieder hergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich geh gleich hoch zum Flightdeck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Nein, das will ich diesmal nicht machen. Wir sind in einer geheimen Mission. Leute, wir müssen schnell machen. Der Aufzug muss schnell machen. Alles muss ganz schnell sein. Hier, wir sind unter Zeitdruck. Leute, der Isaac, der kann nicht mehr. Der hat so viel Adrenalin. Das geht nicht mehr klar. Leute, ihr müsst ihn alle unterstützen, den armen Isaac. Der rennt hier schon seit Stunden drumrum. Oh, der kann doch nicht... Der war nicht einmal kacken. Der hat nix gegessen. Leute, der arme Isaac. Wie soll der das alles schaffen? Ja, gut. Komm, raus, 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 raus. Ah. Wir haben wieder Licht. Ich bin's nicht. Wow, wow, wow. Lass mich in Ruhe. Quarantäne aufgehoben. Seht ihr, ich bin's nicht. Na, bitte, danke. Was das hier wieder für Geschleime ist von denen. Hier, total kopflos haben die agiert. Na, 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 na. Oh. Ich werde mir nochmal überlegen müssen, wie und wann ich den Gregor einsetze. Weil, oh, mit der Stimme, das krieg ich auf Dauer nicht so gut hin. Das ist echt Mörder. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. Lass das sein. Na. Wo ist denn der Marker? Ich soll das Teil manuell da dran bringen. Ich soll nach da unten... Dort ist der Marker. Das mag mir nicht gefallen. Ich muss nach da drüben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Isaac, lauf mal schneller. Ich bin immer schon seit zwölf Stunden unterwegs. Ich hab keine Lust mehr. Das interessiert keine Sau, ob du keine Lust mehr hast, Isaac. Hä? Lasst mich ausruhen. Nein, der kriegt so doch schon seine Drogen. Hä? Hier, Medipacks. Hä? Was ist da wohl drin? Wie hier erst das Licht angeht, wenn einer reingeht. Wieso kann man hier rein? Das ist praktisch. So. Ich... Ich bin jetzt auf der Suche nach diesem... Einen Gegenstand. Huch. Was hat er denn buff gemacht? So. Wir gehen jetzt einfach mal um den Weg. Wir machen nicht das, was wir machen sollen. Genau. Wir gehen einen um den Weg. Na? Was liegt da denn? Wow. Ein Stase-Pack. Ich... Ich bin ergötzt. Wirklich. Ein Stase-Pack. Dafür bin ich nicht hier runtergekommen. Ich bin halb leiter Rubina auch nicht. Na? Na? Hallo? Danke. Also hier scheint das wahrscheinlich nicht zu sein. Naja. Wieso ist der alte Mann wieder so am Keuch? Er hat Keuchwus. So. Setzen wir uns an den Hauptauftrag. So. Komm, komm, komm. Mach die Tür auf. Die Zeit rennt. Isaac. Rennen. Mach hin, alter Mann. Ich hab letztens gelesen, der ist über 40. Über 40 Jahre alt. Schwerkraft. Deaktivieren. Ein Tritt Schwerelosigkeit. Juhu. Blöp, blöp. Munition. Sonst ist hier oben anscheinend nichts mehr. Ja. Aha. Ich will da rein. Wuhu. Jetzt kriege ich Besuch. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Aber davor schaue ich mich hier erstmal noch um. Wo das kleine Secret denn sein soll. Nein. Hier ist es nicht. Da wird ein Gegner rauskommen. Von dort auch. Ach, wie viel Munition man hier kriegt. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Juhu. So, 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 so. Was ist das? Gravity Decking Area. Okay. Hahaha. Überhaupt nicht viele. Nein. Juhu. Ausgewischt. Hahaha. Ah, jetzt kommt die so an. So, Schnauze. Ja. Blub, blub, blub. Haben wir jetzt eigentlich den letzten Anzug? Ja. Ich muss mich gerade an alles wieder erinnern. Ist alles zu lang her, Leute. Ich hab Alzheimer. Demenz. Hey, Leute. Demenz ist ein Problem, was alle angeht. Also bloß nicht vergessen. Ah. Bla, bla, bla. Komm mal mit. Ich hab gesagt, du sollst mitkommen. Boah, ist das schwer. Na, komm. Komm. Ah, vorhin ging das so einfach mit dem Ziehen. Was soll das denn? Ah. 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 Ach, auf einmal geht das wie Butter, ne? Na? Was wild. Ach so, wegen dem Teil jetzt hier, oder was? Huch. Warum die das so umständlich machen, sei mir ein Rätsel. Auf einmal fluckt das. Was ist da los? Leute, das war doch noch nicht das Ende. Du, 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 du. Okay, da fahren wir keine Munition mehr. Also das ist nicht gut. So. Was haben wir? Ich hab Stase. Ich hab... Bläh. Ah, ballern wir gleich mal damit ein bisschen rum. Ach, komm schon. Hey, ich hab dich gehört. Ja, ist gut. Ich hab dich auch lieb. Wo ist denn der andere jetzt? Ach, da. Komm. Danke dafür. Ach, jetzt. Was ist da los? Wieso? Ah, geht doch. Dup, 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 dup. So, und ich glaube mal, dass wir jetzt noch viel Spaß kriegen werden. Ich höre euch. Ich höre euch. Ah, ist gut. Brrring. Ja, ich weiß, dass er tot war. Nur, ich hab zu viel Munition. Offline. Aha. War das hier jetzt überhaupt richtig? Ja, war richtig. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. Nee. Ich flieg davon. Wuhu. Boah, ist das cool. Isaac nimmt sich ne Auszeit. Boah, wie lang das dauert. So, ist hier irgendwas? Web Game Over. Ha, ha, ha. Da sind ziemlich viele Trümmer. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Secret. So. Aha. Nein, hierbleiben. Danke. So. Irgendwas muss hier doch noch sein. Aha, aha. Ich hab... Ich mein doch, ich hab da was gesehen. Wieso komm ich da nicht durch? Nein. Nein. Irgendwie muss ich da doch hin. Ich hab da doch was gesehen. Dorthin. Ich hab da doch was gesehen. Irgendwie muss ich... Ich muss da rein springen, nehm ich an, oder? Ich versuch da jetzt mal rein zu springen. So, wo war das? Wo war das? Da war das. So, wo spring ich? Das scheint nicht zu klappen. Das ist sehr bedauerlich. Dann nach dort hinten. Dann nach dort hinten. Dort sind ja noch ein paar Sachen. Mal schauen, was da drin ist. Vielleicht muss ich auch erst weiterkommen. Ich hab... Ich will das Teil nicht verpassen, liebe Leute. Ich will das 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 nicht verpassen, liebe Leute. Vielen Dank.